Euzubillahiminashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Der Rasul Al-Quran, Vortrag aus den Lehren des Heiligen Koran Meine lieben Zuschauer, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhum Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Dersul-Quran-Reihe hier auf MTA. A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb Ujibu da'watadda'i za da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Ich habe soeben den Vers 187 der Sura Al-Baqarah rezitiert. Die Übersetzung des Verses lautet Im Namen erlas des Gnädigen, des Immerbarmherzigen Und wenn meine Diener dich nach mir fragen, so sprich Ich bin nahe Ich antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu mir betet So sollten sie auf mich hören und an mich glauben Auf das sie den rechten Weg wandeln mögen Meine lieben Zuschauer Es gibt eine sehr enge Verbindung zwischen dem Gebet und dem Monat Ramazan Dieser Vers, den ich Ihnen eben vorgetragen habe Kommt direkt nach der Vorschrift, dass wir fasten sollen Sowohl vor diesem Vers als auch nach diesem Vers Wird im Heiligen Koran über das Fasten gesprochen Das zeigt diese enge Bindung des Gebetes und des Heiligen Monats Ramazan Meine lieben Zuschauer Viele Menschen beklagen sich darüber, dass meine Gebete nicht erhört werden Für alles gibt es aber eine konkrete, eine korrekte Vorgehensweise Es gibt bestimmte Regeln Es gibt bestimmte Bedingungen, auch im Leben, die erfüllt sein müssen Wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen möchte Und diese Regel muss man erst einmal begreifen Und natürlich muss man dann etwas tun, um dieses Ziel zu erreichen Also Bemühungen und Anstrengungen sind wichtig So heißt es im Heiligen Koran Allah sagt Also diejenigen, die sich bemühen, sich anstrengen auf unserem Wege Denen zeigen wir unseren Weg dann auch Viele Menschen sehen nur dieses Versprechen, dass Gott gesagt hat Ich erhöre das Gebet des Bittenden, wenn er zu mir betet Aber ignorieren, was davor und danach steht Also da sind genau diese Bedingungen erwähnt worden Die wichtig sind, um dieses Ziel zu erreichen Eine Bedingung, die erste Bedingung, die in diesem Vers des Heiligen Korans erwähnt worden ist Lautet Wenn sie fragen Das heißt, die erste Bedingung ist schon mal Der Mensch muss diesen Schmerz haben Er muss diesen Wunsch haben, Gott zu erreichen Er muss diesen Wunsch haben, diese Sehnsucht nach Gott haben Ich möchte Gottes Liebe in meinem Herzen Ich möchte Gott treffen Solange dieser Wunsch nicht da ist Kann natürlich das Gebet nicht erhört werden Er kann sein Ziel nicht erreichen Die zweite Bedingung, die hier erwähnt worden ist Lautet Wenn die Menschen dich fragen Wer ist mit dich gemeint? Der heilige Prophet Mohammed Friede und Segen Allah sein auf ihm Das heißt, das ist die zweite Bedingung Für die Erhöhung der Gebete Dass der Mensch nicht zu Person A oder zu Person B geht Sondern der heilige Prophet Der Prophet, der Mensch Der Gott am Nahsten gewesen ist Der diesen Weg zu Gott in perfekter Art und Weise In perfekter Form gegangen ist Es ist natürlich Wenn wir eine Krankheit haben zum Beispiel Und wir möchten, dass diese Krankheit geheilt wird Dann sind zwei Dinge notwendig Einmal muss der Mensch akzeptieren, dass er krank ist Solange er das nicht akzeptiert Wird er nie geheilt werden Und zweitens natürlich Muss der Mensch zu einem solchen Arzt gehen Der ausgezeichnet ist Der die beste und die meiste Erfahrung in diesem Gebiet hat Genauso verhält es sich nun Wenn man die Nähe Gottes erlangen möchte Wenn man möchte, dass seine Gebete erhört werden Da muss man zum heiligen Propheten Sallallahu alaihi wa sallam gehen Erstmal akzeptieren Ich bin krank Und dann geht man zum heiligen Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Warum? Weil Gott über diesen Propheten gesagt hat Sprich, wenn du Gott liebst Und wenn du Gott lieben möchtest So folge mir Also dem heiligen Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Dann wird Gott dich auch lieben Das ist also die zweite Voraussetzung Die dritte Voraussetzung Die hier genannt worden ist Lautet Wa idha sa'alaka ibadhi Also wenn meine Diener dich nach mir fragen Also hier lautet die Voraussetzung Die Bedingung Man muss erstmal zu einem Diener Gottes werden Es reicht nicht aus Irgendein Mensch Der ein weltlicher Mensch ist Der einfach nur seinen weltlichen Bedürfnissen nachgeht Nichts mit Gott zu tun hat Sich nicht anstrengt Dass seine Gebete Sobald er diese Gebete ausspricht Erhörung finden Sondern es ist wichtig Ibadhi Man muss erst einmal zu einem Diener Gottes werden Also Alles was Gott uns sagt Dieses erfüllen Versuchen auf dem Wege zu wandeln Den Gott uns vorgegeben hat Dann erst können wir zu einem Diener gezählt werden Die nächste Bedingung Die hier genannt worden ist Anni Wenn sie Dich O Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Nach mir fragen Das heißt hier wurde nicht gesagt Dass der Mensch Um weltliche Dinge fragt Und seine Gebete sollen erhört werden Wenn er um ein Auto fragt Um ein Haus fragt Um weltliche Bedürfnisse fragt Sondern die eigentliche Frage Sollte immer nach mir sein Also man sollte immer den Wunsch haben Um Gott zu erreichen Gottes Liebe zu erreichen Die anderen Bedürfnisse Die werden dann automatisch von Gott erfüllt Alles was der Mensch bedarf Aber das eigentliche Ziel Die eigentliche Motivation Einen Glauben anzunehmen Und diesen Weg zu gehen Sollte immer sein Gott an sich Allah macht danach klar Wenn all diese Bedingungen erfüllt sind Inni qadib Dann bin ich dem Menschen sehr nahe Meine lieben Zuschauer Man sieht eine Sache Eine physische Sache Nicht nur Wenn die zu weit entfernt ist Sogar auch dann nicht Wenn die zu nah dran ist Und das hat Allah klar gemacht Und den Menschen beruhigt Dass du mich physisch nicht siehst Oh Mensch Das bedeutet nicht Dass ich sehr weit weg bin Sondern es heißt Dass ich so nah dran bin Und Allah hat im Heiligen Koran Deutlich gemacht Wir sind dem Menschen so nahe Sogar näher als seine Herzschlagader Deshalb siehst du mich physisch nicht Ich bin so nahe Dann hat Allah ebenso klar gemacht Inni qadib Gott hat nicht gesagt Ich bin dem Menschen nahe Sondern Gott ist auch der Sache nahe Die wir erfleeren Die wir ersuchen Also alles worum der Mensch bittet Gott ist einmal Dem Menschen selbst nahe Dass er unser Gebet sofort erhört Ohne dass wir das sogar aussprechen müssen Gott weiß was in unserem Herzen ist Gott weiß was wir denken Das allein ein Wunsch im Inneren Der reicht schon aus Aber Gott ist zugleich Jeder anderen Sache Um die wir bitten Auch nahe Das heißt Es ist überhaupt gar keine Schwierigkeit Für Gott Uns diese sofort zu ermöglichen Aber Gott hat am Ende dieses Verses Dann wieder gesagt Falljestadibuli Dann sollst du aber auch so werden Dass deine Gebete erhört werden Das heißt Der Mensch sollte sich in die Lage versetzen In die Lage bringen erst einmal Dass seine Gebete Erhörung finden Der Mensch kann nicht etwas um etwas bitten Oder ein solches Gebet sprechen Welches gegen den Willen Gottes gehen würde Welches Gottes Gesetze widersprechen würde Es ist bekannt Dass ein Dieb zum Beispiel Einmal mitgeteilt hat Bevor ich einen Diebstahl begehen möchte Bevor ich etwas stehlen möchte Verrichte ich erst einmal Zwei Grad Gebete Damit Gott mir dabei helfen möchte Das sind keine Gebete Die bei Gott Erhörung finden können Und Allah sagt am Ende Und der Mensch muss erst an mich glauben Also vollkommenes Vertrauen in mir haben Der heilige Prophet Mohammed Friede und Segen Allah Sainu auf ihm sagt er einmal Dass Gott mitgeteilt hat Ich gehe mit dem Menschen genauso um Wie er über mich denkt Das heißt Der Glaube muss so fest sein Das Vertrauen in Gott muss so fest sein Und wir müssen die Attribute Gottes verinnerlichen Dann wird Gott diese Attribute auch für uns Sich offenbaren Und auch diese manifestieren Meine lieben Zuschauer Wie gesagt Vor diesem Vers und nach diesem Vers Ist die Rede von Ramazan und vom Fasten Möge Allah uns alle dazu befähigen Dass wir von diesem Monat Ramazan In einer solchen Weise profitieren Dass wir die Nähe und die Liebe Gottes erlangen Und in einer solchen Weise Unsere Gebete Gott vorlegen Damit wir Gottes Nähe und Gottes Liebe erlangen mögen Amen Ich bedanke mich ganz herzlich Für Ihre Aufmerksamkeit Und das war der Vers des heutigen Der Resul Quran Und bis zum nächsten Mal Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuhu So S Lyt SA S S S S Untertitelung des ZDF, 2020